...mit Steinhofer und dann achten sie oben auf die Auswechselspieler der Hannoveraner. Eggiemann spielt hier den Ball zurück ins Feld, dabei hatte der das Spielfeld noch gar nicht verlassen. Kuriose Szene hatte Andreas Bergmann sicher auch noch nie erlebt. Es gab Gelb für den Auswechselspieler, das entspricht den Regeln und war auch völlig korrekt.